Übrigens habe ich es auch zu verdanken. Für Sieglend Megler ist die Freude groß. Im gemütlichen Ambiente des Eberthofes feiert sie Geburtstag. Doch nicht ihren eigenen, sondern den ihrer Arbeitsstelle. Die Tasis GmbH feiert einjähriges Bestehen in Cottbus. Eingeladen hat die Standortleiterin neben ihrem Team auch Geschäftspartner und Kunden. Mit Stolz schaut sie auf die vergangenen Monate. Das ging rasant schnell. Wir haben innerhalb eines Jahres Mitarbeiter einstellen müssen, weil es doch mit mir und zwei weiteren Kollegen dann doch nicht mehr funktioniert hat. Deshalb bin ich unglaublich stolz, dass unsere Geschäftsleitung mir das ermöglicht hat. Tasis ist ein deutschlandweit agierendes Unternehmen. Die Schwerpunkte liegen auf Weiterbildungen, Coachings und Trainings. Seit dem letzten Jahr bietet die Firma ihre Dienste nun auch hier in Cottbus an. Wir haben tatsächlich in unserer Wachstumsstrategie uns auch mit Cottbus identifiziert und haben gesagt, das ist eine gute Möglichkeit, auch hier Fuß zu fassen. Und wir hatten das Glück, mit Frau Megler hier eine Person zu finden, die mit Herzblut dabei ist und das Ganze so toll aufgebaut hat, dass wir tatsächlich jetzt schon seit einem Jahr hier sehr gute Erfolge feiern können. Knapp 80 Menschen konnte Tasis in Cottbus bereits helfen. Über die Hälfte davon ist jetzt wieder im freien Arbeitsmarkt tätig. So auch Paul Hempel. Der 23-Jährige ist dankbar, so professionelle Hilfe bekommen zu haben. Also gebracht hat es mir halt einfach, dass ich selbstbewusster auch beim Bewerbungsschreiben geworden bin und generell beim Bewerbungsprozess. Und gebracht hat es mir vor allem, dass ich jetzt seit sechs Monaten neu angestellt bin bei meiner neuen Firma als Mechatroniker für Heizungsanlagen bzw. für Ölwärmer. Und dass es mir bisher sehr viel Spaß macht und ich dort auch weiter gefördert werde. Gefördert wurde auch Heike Reichelt. Sie war die allererste Tasis-Kundin in Cottbus überhaupt. Das Coaching mit Sieglind Megler hat sich für die 55-Jährige ausgezahlt. Sie will jetzt beruflich wieder durchstarten. Schön war es. Ich muss sagen, Frau Megler ist eine sehr, sehr liebe Coacherin. Die hat wirklich alles gemacht. Immer wieder mal gefragt, wie es mir geht, ob wir irgendwas verbessern können. Oder ja, also war es schon sehr, sehr schön. Menschen eine neue berufliche Zukunft bieten, ist das große Ziel der Tasis GmbH. Neben den Coachings will das Unternehmen verstärkt auf Weiterbildungsangebote setzen. In Zukunft wollen wir noch mehr in die Erwachsenenqualifizierung gehen, abschlussbezogen. Gerade für Leute, die beruflich sich neu orientieren müssen oder überhaupt noch keinen Abschluss haben. Und ja, das haben wir uns für das kommende Jahr und die weiteren Jahre vorgenommen. Zu finden ist die Tasis GmbH am Breitscheidplatz 1. Hier steht Sieglind Megler mit ihrem Team bereit, um neue Perspektiven zu eröffnen. Alle wichtigen Kontaktdaten und Infos gibt es im Netz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017